Also an dieser Stelle noch einmal herzlich willkommen hier allen Zuschauern, jetzt auch auf Facebook, da sind wir live auch drauf und wir starten, hier wiederhole ich es nochmal ganz kurz heute, mit dem Blick in DAX, in WTI und DAO. Da hat sich einiges getan, im DAX und DAO sind die Bullen am ordentlich laufen. WTI, naja, das dreht sich so ein bisschen ums Jahresmedian, aber interessant, was hier zu sehen ist, da kann sich auch das ein oder andere tun. Von der Seite her sage ich mal auf alle Fälle einen Blick wert. Einen Blick wert sind auch immer die Fragen, das heißt, wer möchte gerne auch in die Chats reinschreiben auf GoToWebinar oder auch auf Facebook, dann kann ich den ein oder anderen Wunschmarkt an dieser Stelle selbstverständlich gleich noch mit regeln. Bevor wir das tun, der Risikohinweis, der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen und damit machen wir noch mit den Nachrichten weiter hier an dieser Stelle. Wir sehen es, die Wochenvorschau der Nachrichten, wir hatten ja ein verlängertes Wochenende, Freitag war ich hier nicht live auf Sendung, hoffentlich konnten sich auch einige der Zuschauerinnen und Zuschauer ein gutes verlängertes Wochenende gönnen. Wir machen mal kurz die Wochenvorschau hier. Viel gibt es diese Woche nicht an Nachrichten, das heißt, die Märkte sind so ein bisschen sich selbst überlassen, was ja nicht schlecht sein muss. Das heißt, die geplanten Nachrichten heute gibt es bei uns in Deutschland den Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe. Morgen gibt es das gleiche quasi in den USA, den ISM Einkaufsmanagerindex, allerdings für die Dienstleistungen. Das ist ja immer so ein Unterschied. Wir wissen ja, das verarbeitende Gewerbe und die Dienstleistung, die entwickeln sich so ein bisschen unterschiedlich. Die sind auch korrekturanfälliger, wenn die Konjunktur nicht ganz so gut läuft. Gerade das verarbeitende Gewerbe, das sehen wir ja auch bei uns in Deutschland. Und was wir auch sehen, das sehen wir auch in den USA, dass beispielsweise der Dow, der ja sehr, sehr viel von dieser herstellenden Industrie drin hat, der hinkt den anderen Indizes so ein bisschen hinterher und das ist einfach momentan dieser Verschiebung von dem produzierenden Gewerbe und dem Dienstleistungsgewerbe mit zu sehen. Dann gibt es am Dienstag noch die offenen Stellenangebote aus den USA und am Mittwoch die rohe Lagerbestände. Das war es schon an den Nachrichten hier bei uns in Deutschland, Europa und den USA. Die Briten habe ich da auch mit abgefragt und China. China bringt am Freitag noch wichtige Nachrichten, allerdings sind die hier nur mit zwei Köpfen versehen. Da sprechen wir noch drüber, wenn es dann soweit ist. Und damit würde ich sagen, gehen wir mal noch in die Tagesnachrichten für heute rein. Ja, es ist jetzt keine Überraschung, da ist nicht wirklich viel. Wie schon gesagt, der Einkaufsmanager-Index, den bekommen wir hier und das Ganze um 10 Uhr dann auch noch aus der EU. Das heißt, um 9.55 Uhr kriegen wir die Zahlen aus Deutschland, um 10 Uhr dann aus der EU-Prognosen haben wir hier. Wir sehen es leicht ansteigend in Deutschland erwartet, in der EU das Ganze auf dem gleichen Niveau wie im vorherigen Zeitraum. Und um 16 Uhr kriegen wir dann die Auftragseingänge für den Monat September aus den USA. Hier ist mit einem Rückgang von 0,5 Prozent gerechnet worden. Wir lassen uns mal überraschen, was da auf uns zukommt. Und damit blicken wir einfach mal rein in die Charts. Und ich würde sagen, wo wir das WTI gerade auf der Uhr haben, kümmern wir uns gleich auch mal um das WTI. Auch hier ohne runde Marken, das ist nicht ganz so wichtig. Ich lasse das mal eben offen, dieses Bild, so wie wir es jetzt haben, weil ich gerne mal auf einen Sachverhalt eingehen möchte. Und zwar, wir sehen es ja hier, wir haben, wenn wir uns das Ganze mal anschauen, hier in diesem grau markierten Bereich ein Median, wo wir das ganze Jahr schon wieder immer wieder hin zurücklaufen und von dort aus halt entweder den Weg nach oben finden oder den Weg nach unten finden. Wenn wir das Ganze mal anschauen, dann sehen wir mit Blick auf das größere Bild. Deswegen ist es auch wichtig, immer mal so ein bisschen, sag ich mal, auf den Berg zu schauen oder Berg zu klettern und, ja, sag ich, aufs Tal nach unten zu blicken. Einfach, um mal zu sehen, was los ist. Weil, ich sag mal, wenn man immer nur hier in der Stunde rumsteht, dann sieht man nicht, was oben drüber ist. Dann weiß man nicht genau, was da jetzt kommt. Dann sieht man halt nur ein kleines Bild. Blickt man aber vom Berg hinab ins Tal, um das mal in diesem Kontext hier zu bringen, dann sieht man viel, viel mehr und auch viel, viel mehr von der Historie. Und dann kann man bestimmte Sachen auch viel, viel schöner mit eingrenzen. Das heißt, im kleinen Bild haben wir andere Handelsansätze wie im großen Bild. Das gucken wir uns gleich auch an. Nur, wenn man mal sehen will, wo es losgeht, weil ich weiß ja, wir haben ja auch viele nebenberufliche Händler mit dabei. Da muss man einfach mal schauen, wo stehen wir gerade? Wo kann es denn hingehen? Und hier ist es wirklich interessant, was hier zu sehen ist, weil wir sind vor kurzem unten an diesem Unterstützungsbereich hier gewesen. Irgendwo zwischen 50 und 51 Dollar notiert dieser, rein aus technischer Sicht. Wir haben es gesehen, er ist hier immer wieder aufgestoßen nach oben gelaufen, aufgestoßen nach oben gelaufen, auf, hoch, aufgestoßen. Jetzt haben wir hier wieder einen kleinen Aufwärtstrend, der läuft nach oben. Und wir haben es gesehen, am Freitag gab es doch einen sehr, sehr dynamischen Schub nach oben. Das haben wir gerade in der Stunde auch gesehen. Da hat sich der Trend gewechselt, der Abwärtstrend zum Aufwärtstrend. Und hier ist es jetzt extrem interessant. Wir haben das Hoch dieses letzten Aufwärtsschubs hier, bevor es die Woche quasi nach unten ging, haben wir bei 56,77. Und das ist wieder mal in diesem Medianbereich zwischen grob über den Daumen, 56 und 57 Dollar. Hier hängen wir jetzt drinnen und hier sehen wir, der entscheidende Bereich. Zwei Dinge sind hier offen. Wir haben es ja gesehen, entweder es ging aus diesem Bereich ein ganzes Stück nach oben oder diesen Bereich ein ganzes Stück nach unten. Und das ist jetzt das Interessante, was wir hier sehen. Warum? Prallen wir hier weg, haben wir die Chancen zur Unterseite. Erster Wert nach unten hin, erst einmal hier das Tief der vergangenen Woche bei 53,58. Und wenn es dann tiefer läuft, dann sehen wir auch, haben wir hier einen validen Abwärtstrend. Und der kann dann das nächste Korrekturtief hier aus diesem kleinen Aufwärtstrend mit anlaufen. Und da stehen wir dann bei 52,38 an dieser Stelle. Und wenn wir dann noch tiefer blicken hier, der Start dieser aufwärtstrendigen Bewegung oder dieser Phase im Aufwärtstrend, haben wir hier das Tief bei knapp 51 Dollar. Das wären mal Marken, die wir nach unten haben, sollte der Markt rumdrehen. Also wenn das Schwankungsbereich hin und her geht. Und das ist ja das Interessante auch für die kurzfristigeren Trader, dass wir solche Marken haben, wo wir durchaus rumdrehen können. Nach oben hin, wenn wir drüber laufen, haben wir natürlich auch Potenzial. Nächste Anlaufmarke wäre hier oben, dieser kleine Inhaltebereich, wo wir hier nach oben gelaufen sind und mal ein paar Tage immer wieder oben angetestet haben. Die Marken von ungefähr 59 Dollar und 40 hier. Das Ganze, möglicherweise auch der Ausbruchsbereich. Und dann der Weg nach oben hin, wo wir diese, ja ich sag mal, diesen Widerstandsfächer drin liegen haben. Aber hier über diesen Bereich bei 53, bei 63, 75 sind wir ja nicht drüber gekommen. Das heißt, das ist schon der Deckel. Nur, ich denke eher, wir werden erst einmal die Entscheidung abwarten müssen, ob wir überhaupt nach oben laufen. Und wenn, dann haben wir hier in dieser Seitwärtsphase erst einmal den nächsten Widerstand rauszunehmen. Und der ist auch nicht von schlechten Eltern. Nur wenn es so weit kommt, dann haben wir auch ordentlich was an Potenzial auf der Oberseite. Und das Entscheidende schauen wir uns jetzt nochmal an, hier an dieser Stelle. Weil, wir sehen ja hier, kam der Markt nach oben geschoben, hat hier den Schub nach oben gemacht, hier den ersten Zucker. Und dann hat er angefangen, schön nach oben hin zu trenden, den letzten brutal langen Schub nach oben. Hier, da haben wir die Korrekturhochs, die wir hier sehen, auch rausgenommen. Und dann ging dem Ganzen so ein bisschen der Saft aus. Wenn wir mal schauen, wo das auch passiert ist, ist das auch relativ interessant. Hier, nämlich genau an diesem Bruchlevel hier drüben. Das ist schön und interessant zu sehen, wenn wir uns jetzt darüber hinaus fortsetzen. Das heißt, wenn sich dieser Trend hier, ich ziehe mal den restlichen oder den letzten Schubgrad ein. Naja, das machen wir mal geräumt, die Trendlinie. Wir sind ja aufwärts gerichtet. Dann sehen wir nämlich, ist das die Fortsetzung vom Aufwärtstrend. Und das ist schön, das ist gut zu sehen, wenn der Markt tatsächlich hier drüber läuft. Weil dann haben wir echt direkt die Karten, wenn wir es kleiner suchen, sehen wir es ein bisschen besser. Hier oben über dieses Hoch drüber zu laufen und das Ganze dann fortzusetzen. Und wie schon gesagt, da haben wir dann die Marken hier drinnen liegen. Und wenn wir auch mal diesen trendigen Verlauf nach unten anschauen, dann sehen wir einfach, dass die 5940 hier schon auch im Stundenchart einen relevanten Bereich auch mit hat. Und das Ganze hier zum Zählen mit genutzt werden kann. Da ist das Potenzial nach oben da. Kommen wir allerdings nicht hier drüber raus. Dann haben wir jetzt auch im Chart einen wichtigen Marker, den wir jetzt hier in der Stunde sehen. Nämlich dann, wenn wir hier unter dieses Level drunter fallen, dann macht der Markt hier einen kleinen Abwärtstrend. Das heißt, wir laufen da nicht mehr nach oben, sondern der ganze Weg dreht sich halt hier rum. Von wo auch immer, das spielt keine große Rolle. Nur wenn wir dann den Weg nach unten antreten, bleibt alles noch im grünen Bereich, bis wir hier drunter laufen. Und sobald wir hier drunter laufen, ist der Aufwärtstrend in der Stunde gebrochen. Und das wäre dann das Szenario, dass wir die Unterseite wieder sehen. Wenn wir gar nicht erst hier drüber laufen, ist das auch ein Zeichen. Auch wieder eher ein Zeichen von Schwäche. Eher, dass wir wieder etwas tiefer laufen. Und da haben wir dann entsprechend hier die Korrektur zur Unterseite hin erstmal. Wenn wir nicht hier drüber laufen, dann haben wir die Bereiche nach unten. Auch das im kurzfristigen Bereich ein sehr, sehr wichtiger Faktor. Wie schon gesagt, da kommen zwei Marker in den wichtigen Bereich hinein. Das wäre zum einen mal das Hoch, was wir hier oben gehabt haben an dieser Stelle. Also das Hoch vom Freitag. Wenn wir dort nicht drüber laufen, ist das das erste Schwächezeichen. Und wenn wir dann hier unten drunter laufen unter diese Marke, dann ist das definitiv das Zeichen, dass der Markt erstmal weiter tiefer läuft. Und das kleine bisschen, was wir hier sehen, ist fürs kurzfristige Trading ein sehr, sehr wichtiger Richtungsgeber. Das also dazu an dieser Stelle. Und damit gehen wir vom WTI in die Indizes hinein. Und wir starten mit dem DAX, der auch, ja, erstmal in der letzten Woche sehr, sehr, ja, sag ich mal, freudig unterwegs war. Und auch den Wochenstart gleich wieder mit dem Sprung über die Marke von 13.000 Zählern eingeleitet hat. Das heißt, hier sehen wir auch einen relativ starken Markt. Mit Blick auf diesen Index möchte ich noch darauf hinweisen, was wir hier sehen, ist jetzt der Wochenstart. Also auch hier an dieser Stelle mit Absicht mal der Blick ins große Bild. Es klärt sich gleich auch auf, weshalb ich das große Bild hier genommen habe. Einfach, damit wir mehr sehen können. Aber, was wir halt schön sehen in der Woche, schaut es euch das mal an, hier. Ich glaube, ich habe in einem der vorgehenden Webinare schon mal darauf hingewiesen. Wir haben hier eine inverse Schulterkopf-Schulterformation. Wir hatten im DAX ja schon einige Schulterkopf-Schulterformationen oben und auch inverse das Ganze unten. Vor kurzer Zeit hatten wir darüber gesprochen. Im DAX auf Tagesbasis, als wir diese Schulterkopf-Schulterformationen hatten, dass wir Platz nach oben hin hatten bis 12.400. Da sind wir mittlerweile ordentlich drüber gelaufen. Und wir sehen es auch. Wir haben diesen wichtigen Bereich, das Jahreshoch, was wir hier drüben gehabt hatten, das haben wir rausgenommen. Wir sind ordentlich über die 12.659 Zähler drüber gelaufen. Und das ist ein sehr, sehr bullisches Zeichen. Und hier sehen wir jetzt einen Markt, der gut und gerne Platz nach oben hat. Der nächste Widerstand, den haben wir hier erst bei 13.200 Zählern. Bis dahin ist jetzt Luft. Ob der das in einem Schwung durchmacht, das spielt erstmal keine Rolle. Der Markt orientiert sich momentan zur Oberseite hin. Das sehen wir auch bei den US-Indizes oder bei anderen Indizes, die wir hier bei Tickmill auch am Laufen haben. Kleiner Blick nach drüben hier auf die Seite. Schaut mal, wir haben den US-Markt komplett hier, wir haben Australien da, wir haben den DAX da, wir haben Frankreich, Italien, Spanien, Europa, die Schweiz, Hongkong, Japan, Afrika und Großbritannien. Einiges am Laufen, da kann man viel machen. Und wir blicken jetzt halt in den weiteren Verlauf vom DAX. Und hier ist es, wie schon gesagt, so. Oben drüber haben wir jetzt zwei Marker liegen. Erstmal das Allzeithoch, das ist das weiteste weg. Knapp 13.600 Zähler. Und hier haben wir dann wirklich 13.200. Das ist der nächste Punkt, die nächste Latte zur Oberseite hin, wo man schauen muss, ob der Markt da einfach drüber läuft oder erstmal nur ranläuft und dort Korrektur kommt. Das Ganze. Blicken wir zur Unterseite. Sollte jetzt tatsächlich ein bisschen Korrektur reinkommen, dann ist natürlich erstmal das Wochentief von letzter Woche interessant. Das wäre dann die Marke von, wo haben wir es stehen, 12.793, also knapp 12.800 Zähler. Das wäre hier diese Marke. Naja gut, so groß brauchen wir das glaube ich jetzt auch nicht. Aber wir wissen, da unten ist einfach ein Bereich, der eine Wochentief hat und das hier ohne weiteres als Anlaufpunkt genutzt werden kann. Dann schauen wir uns das größere Bild an, wäre dann auch der nächste Unterstützungsbereich, mal aus technischer Sicht am Ausbruchslevel hier, als wir über die knapp 12.660 Zähler drüber gelaufen sind. Das wäre die Unterseite, die wir hier liegen haben. Und das Ganze gucken wir uns jetzt nochmal in der Woche an, weil da sehen wir es schön. Wir sehen schön den Aufwärtstrend, den wir hier liegen haben, der läuft hervorragend nach oben und wir sehen auch, dass der Bewegungstrend weiterhin intakt ist. Wir hatten hier einen Bewegungstrend, eine Korrektur, liefen dann direkt nach oben. Also dieser Bewegungstrend hat sich schön nach oben auch fortgesetzt und hat damit das Potenzial nach oben hin auch zu laufen. Wie ich schon gesagt, erst dann, wenn wir tatsächlich unter dieses Tief hier laufen, ist der Bewegungstrend rausgenommen und dann sehen wir tiefere Korrekturen. Und wer das Ganze, den Bewegungstrend mal etwas genauer sehen müsste, etwas detaillierter sozusagen, um auch zu sagen, okay, was können wir denn im kurzfristigen Bereich machen? Da gucken wir einfach mal ganz kurz in die Stunde, raffe ich das Ganze mal etwas zusammen und hier sehen wir schön die Schwünge, die der Markt gemacht hat. Und hier sehen wir halt auch sehr, sehr schön, dass wir hier Bewegung, Korrektur, weite Bewegung, hier war mal ein kurzes Seitwärtsläufchen, aber das ist ein schöner Auflauf. Dann haben wir hier die Korrektur und jetzt stehen wir auch wieder in der Bewegung an sich drinnen und deswegen sehen wir den Markt auch weiter nach oben laufen. Und solange wie diese Bewegung intakt ist, haben wir gute Chancen in das nächste Widerstandslevel auf Tagesbasis mit hinein zu laufen. Aber wer das Ganze im kurzfristigen Bereich sehen möchte, der schaut sich hier diese letzte Bewegung an sich an. Hier ganz klar natürlich das Gap zur Eröffnung, was hier gerissen wurde oder nach oben hin sich im Markt ergeben hat und hier laufen wir jetzt hoch. Und wer sich das Ganze mal anschaut und sich hier mal dazu legt, den kleinen 5-Minuten-Trend zum Beispiel diese Stunde hier als Richtungsgeber zu nutzen und die 5 Minuten da mal reinzunehmen, der sieht dann, okay, hier unten in diesem Bereich, da haben wir einen leichten Boden drinnen. Und solange wie der Markt da drüber bleibt, ist mit der Aufwärtsrichtung alles absolut intakt. Das heißt, wenn wir hier unten dran laufen und der Markt hier wieder abprallt nach oben, dann haben wir gute Chancen hier unten zwischen der Marke von knapp 13.000, was haben wir hier unten, 13 Zählern, bis hoch hier, wo wir das Tageshoch aktuell haben, bei 13.037 Zählern, ein bisschen hin und her zu schwingen, bricht er unten drunter durch, wäre das das Szenario, das hier dieser Bereich nicht hält. Und dann kommt ohne Probleme wieder das tiefere Entgang. Erstmal hier natürlich der Eröffnungspreis hier, als der Markt heute Nacht losgetickt ist, das wäre das eine. Und zum anderen natürlich, wie soll es anders sein? Da haben wir unten das Gap, das ist der eine Anlaufpunkt und dann haben wir für das kurzfristige hier noch den Wochenschluss. Also, sollte es tatsächlich etwas nach unten gehen, haben wir jetzt hier mal ein paar Marker besprochen im kurzfristigen Bereich. Das haben wir als korrektive Phasen durchaus da im Kurzfristbereich. Da wird allerdings die Entscheidung noch kommen. Und wie schon gesagt, der wichtigste Marker ist einfach hier oben der Deckel beim Hoch, bei knapp 13.037, 13.038 Zählern. Wenn es da nicht drüber geht, haben wir hin und her getingelt, bricht es unten drunter, dann wären die Szenarien für die Short-Seite aktiviert, laufen wir aber oben drüber, dann ganz klar bleibt die Stärke bestehen und wir haben Chancen Richtung 13.000 mittelfristig 200 Zähler. Hier an dieser Stelle auch zu laufen. Und das Ganze, was wir gerade im DAX gesehen haben, schauen wir uns jetzt mal noch im US-30, also im Dow Jones an. Und da sehen wir auch einen Markt, der wirklich auf dem Weg zum Allzeiterhoch ist. Ich habe gestern im Research am Sonntag ja auch geschrieben, wir haben hier eine schöne, interessante Situation. Und das Interessante an dieser Situation sind verschiedene Faktoren. Zum einen, wir haben hier oben diesen Bereich am Allzeithoch bei 27.420 Zählern. So und jetzt sehen wir, der Markt ist ein paar Mal hier drüben und hier auch in diesen Bereich um die 27.317 Zähler reingelaufen. Hier oben hat er einen starken Abwärts-Move eingesetzt. Aber das für mich als Trader Interessante ist, das Verhalten der Marktteilnehmer zu sehen. Das ist ja auch so ein bisschen mein Steckenpferd, den Markt zu lesen und zu schauen, was läuft denn hier gerade ab. Und interessant finde ich immer, wenn wir solche Kontraktionsmuster hier sehen. Wir sehen, der Markt läuft runter, läuft wieder hoch, dreht aber vorher ab, läuft runter, aber kommt deutlich eher wieder zum Aufwärtslaufen. Das Ganze dann bis hier, dann noch eine Kontraktion und jetzt stehen wir halt wieder oben dran und laufen jetzt ins Allzeithoch hinein. Und damit sehen wir, dass die Händler hier immer früher anfangen zu kaufen, aber hier oben erstmal noch ein bisschen Deckel drauf ist. Das heißt, das ist immer so ein bisschen Luft holen an dieser Stelle. Und hier sehen wir, dass auch die Unruhe etwas aus dem Markt raus geht. Und immer dann, wenn die Unruhe aus dem Markt raus geht, haben wir gute Chancen, diese Richtung, die von unten nach oben gedrückt wird, effektiv auch fortzusetzen. Und damit steht als nächstes, gerade im kurzfristigen Bereich, erst einmal der Test von 17.420 Zählern an. Und wenn der besteht, dann haben wir nicht nur ein neues Allzeithoch, sondern wir haben echt richtig gute Karten nach oben raus, ein ganzes Stück zu laufen. Wichtig wäre halt, dass der Markt es tatsächlich schafft. Den April von oben nach unten würde erst einmal halt das Tief vom Freitag, beziehungsweise hier das kleine Swinglow der letzten Woche um die 26.910 Zähler wieder mit ins Spiel bringen. So weit ist es aber noch nicht. Aber für die Tagesplanung ist das schon eine sehr, sehr wichtige Marke hier an diesem Bereich. Und wenn wir uns mal diesen Aufwärtstrend hier anschauen, dann haben wir durchaus auch ganz, ganz gute Karten hier aus dem letzten Schwung heraus, doch noch ein bisschen nach oben zu laufen. Wenn wir das mal ganz kurz ausmessen wollen, ungefähr haben wir ja hier das Ganze, wenn man sieht, wenn man es oben drauf setzt, dann haben wir mal gute, gute Karten hier Richtung 27.000, knapp 700 Zähler nach oben mit drauf zu laufen. Und das ist ja das, was wir brauchen. Wir brauchen Potenziale und wir sehen es halt, wir wissen halt aus, sag ich mal, der charttechnischen Analyse, dass an Allzeithoch häufig auch Kauforders liegen. Und wenn wir sehen, dass Allzeithochs momentan am Markt auch gekauft werden, dann haben wir doch, denke ich mal, relativ gute Karten, dass wir hier ein Stück weit nach oben in Kürze erst einmal noch weiter laufen können. Das also hier zum Dow Jones und damit gucke ich nochmal in die Fragefelder rein, ob wir etwas haben, einen Wunschmarkt, das wissen wir, da kümmere ich mich gerne drum. Aber ich sehe hier auf Facebook nichts, auf GoToWebinar habe ich aktuell auch keine Fragen. Dann sage ich an dieser Stelle einen erfolgreichen Handelstag. Hat mich gefreut, heute wieder viele Live-Zuschauer hier auch dabei zu haben. Alle anderen, die die Videos im Nachgang auch schauen, wer die Zeit hat, kommt ruhig morgens rein hier um 8.30 Uhr. Es lohnt sich definitiv. Man kann auch den ein oder anderen Wunschmarkt mit beleuchten lassen. Also danke für die Zeit, guten Wochenstart, erfolgreichen Trading Montag und bis morgen, wenn wir um 8.30 Uhr wieder in ein paar interessante Märkte reinschauen und das Ganze hier dazu nutzen, unsere Setups zu planen. Bis dahin, tschüss und danke. Bis dahin, tschüss.